9 nach 9. Heute der Morgengruß von den Bäckerborschen. Ein Autofahrer kommt in eine Polizeikontrolle. Alkohol oder Drogen? Nein, danke. Nehme einen Kaffee mit Milch, aber ohne Zucker. Wenn man Knäckebrot isst, hört man nicht mehr, was die anderen Menschen um einen herum sagen. Ich esse jetzt sehr oft Knäckebrot. Knäckebrot isst super. Einer geht noch. Geht ein Holzwurm in die Bäckerei und kommt wütend wieder heraus. Von wegen Baumkuchen. Alle Schwindel. Geht ein Holzwurm in die Bäckerei und kommt in die Bäckerei und kommt in die Bäckerei und kommt in die Bäckerei. Geht ein Holzwurm in die Bäckerei und kommt in die Bäckerei. Geht ein Holzwurm in die Bäckerei und kommt in die Bäckerei. Geht ein Holzwurm in die Bäckerei und kommt in die Bäckerei und kommt in die Bäckerei.